In diesem Video gibt es wieder mal die besten AppSumoDeals für April 2022. Viel Spaß! Falls du AppSumo noch nicht kennst, das ist einfach eine Plattform, wo man Software etc. stark vergünstigt kaufen kann. In der Regel findest du hier Software, wo du normalerweise monatlich bzw. jährlich bezahlen müsstest und kannst das auf AppSumo in Form von einem Lifetime-Deal kaufen. Also einmal bezahlen, für immer nutzen, exklusive Deals, die zeitlich beschränkt sind und ich stelle auf diesem YouTube-Kanal jedes Monat oder fast jedes Monat die besten Deals auf AppSumo vor. Für dieses Monat habe ich wieder drei Deals rausgesucht. Ich denke mal, dass Deal Nummer 3 für ganz extrem viele Leute extrem interessant sein wird. Nicht weniger interessant ist aber Deal Nummer 1 und mit dem starten wir jetzt los. Deal Nummer 1 ist Melody Music und das ist einfach, also hier bekommt man einfach Musik für Online-Projekte. Für mich, also ich schlage hier definitiv zu, ein ganz großartiger Deal. Also hier bekommst du quasi lizenzfreie Musik, die du nutzen kannst für YouTube oder auch für Instagram, für andere Social Media Profile oder wenn du generell einfach ein Firmenvideo erstellst. Also für alle möglichen Videoprojekte braucht man ja immer Musik und Melody ist ebenso eine Plattform. 49 Dollar kostet der Lifetime-Deal, obwohl ich mir definitiv, ist auch relativ günstig. Was man für diesen Deal bekommt, ich zeige es gleich direkt auf der Plattform. Das ist eben Melody und das ist ziemlich genial. Denn du kannst hier, wenn du auf Browse Music klickst, kannst du eben natürlich filtern, welche Art von Musik, das du möchtest und es gibt hier ein so geniales Filtersystem. Also du kannst Beats per Minute, wie schnell, wie langsam soll es sein. Mood, also Stimmung, also entweder aggressive Musik oder dramatische Musik oder Feel-Good-Musik. Nach dem Genre natürlich, Hip-Hop, Rock, Electronic und so weiter. Also du hast hier alle Musik-Genres vertreten. Oder auch gezielt nach Instrumenten kannst du filtern und kannst natürlich mehrere Filter zusammenstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen würde Aggressive und Genre zum Beispiel Rock, dann würden wir hier eben, ja, hier Rock-Lieder sozusagen bekommen. Und wir hören gleich einmal rein. Genau und das Coole hierbei ist, dass du eben dann nicht nur die Lieder hast, also du kannst jetzt zum Beispiel auch ähnliche Lieder suchen, aber du hast bei jedem Lied die Möglichkeit, verschiedene Versionen herunterzuladen. Zum Beispiel No Drums, No Buzz oder Loop und so weiter. Also du hast dann von jedem Lied verschiedene Versionen. Stoner Extreme, das klingt zum Beispiel wie Stoner Rock. Ja, ja, das klingt wie Queens of the Stone Age. Falls jemand die Band kennt, habe ich früher gerne gehört. Ich habe mir ja vor wenigen Monaten einen ähnlichen Deal hier auf AppSumo gekauft, wo man auch eben Musik nutzen kann, zum Beispiel für seine YouTube-Projekte. Also ich persönlich nutze es halt für die YouTube-Projekte. Aber ich denke mal, Musik kann man nie genug haben. Und vor allem, wenn man eben so einen günstigen Lifetime-Deal hat für 49 Dollar, sind dann 45 Euro vielleicht umgerechnet. Und da eben, ja, aus tausenden Musikstücken eigentlich wählen kann. Also ich weiß nicht, wie viele das da insgesamt sind, aber es sind halt extrem viele. Und es kommen auch immer wieder neue dazu. Dann ist das halt schon extrem günstig. Denn ich habe mir auch schon das ein oder andere Mal einen Soundtrack tatsächlich, also die Lizenz, gekauft. Und da zahlst du in der Regel für einen einzelnen Soundtrack vielleicht 29 Euro und so weiter für ein Lied, das du dann eben lizenzfrei sozusagen für deine Projekte nutzen kannst. Wenn ich hier einen Deal habe mit 49 Dollar und ich habe hier dann eben viele hundert bis tausende Musikstücke, die ich eben nutzen kann. Ich werde es eben hauptsächlich für YouTube nutzen. Ich habe zwar gar nicht so viel Musik hier in den Videos, aber ich habe natürlich auch für die Zukunft weitere Projekte geplant. Und da ist so ein Deal natürlich richtig cool. Du kannst sogar, und das habe ich auch schon ausprobiert, das geht gar nicht so schlecht, wenn du bei YouTube irgendwo eine Musik findest, die dir gefällt, dann kannst du hier oben, hier steht YouTube, kannst du einfach die YouTube URL reinkopieren und die Software sucht dir dann einen ähnlichen Soundtrack heraus, also der ähnlich klingt wie aus dem Video. Und das hat sogar ganz gut funktioniert, also richtig eine coole Sache. Ein Lied probieren wir jetzt nochmal schnell, Power Move. Ja, klingt cool. Ich gehe mal ein bisschen vor. Ja, und dann kannst du eben andere Versionen, hier steht zum Beispiel No Drums. Ich klicke mal hier drauf. Und ich gehe mal ein bisschen noch vor. Dann ist es ohne Drums. Vocal Only. Ich weiß gar nicht, ob da... Okay, viel Vocals sind da nicht drin. Underscore, keine Ahnung, was das heißt. Also das sind die verschiedenen Versionen. So, Deal Nummer 2 ist Formly. Ich habe ja immer schon wieder mal einen Formbilder vorgestellt. Jetzt gibt es wieder einen Formbilder. Mit Formly kann man so einiges machen. Ich persönlich werde es mir nicht holen, denn ich habe da eben schon eine Alternative auch auf AppSumo gekauft. Habe ich auch vorgestellt in einem anderen Video. Also ein Abo lohnt sich, falls du noch nicht abonniert hast, weil es hier immer wieder gute Tipps und Tricks gibt und auch gute Empfehlungen. Aber für alle, die eben trotzdem einen Formbilder suchen, für die kann ich da eben Formly empfehlen. Formly ist eben, ja, hier steht es eh schon eine Alternative eben zu Typeform. Das ist sehr bekannt. Jodform. Jodforms kenne ich auch. Oder Jodform. Genau, hier steht Typeform Alternative. Ist also ein Formularbilder sozusagen, wo du einfach alles machen kannst. Also jetzt nicht wie zum Beispiel ein Standard-Kontaktformular, sondern kannst du auch machen. Aber das ist halt ein Formular mit konditioneller Logik. Du kannst auch einen Zahlungsanbieter quasi einbauen. Du kannst, ja, du kannst dann auch automatisch PDF generieren aus den Eingaben und das verschicken lassen und so weiter. Und du kannst das natürlich auch überall nutzen. Also, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe, wie gesagt, ich habe mir den Deal nicht gekauft. Ich habe es mir so eben angesehen. Ist es so, dass du das eben von dieser Plattform aus nutzen kannst. Dann kannst du ein Formular erstellen, bekommst einen HTML-Code und kannst ihn irgendwo auf deiner Webseite einbinden, in WordPress einbinden. Gar kein Problem. Oder auch in Elementor, in einem HTML-Widget, etc. Und ja, also hier sind schon mal ein paar so Beispiele, Examples. Da können wir auch nochmal ganz kurz reinschauen. Und du kannst natürlich auch Quizze machen, zum Beispiel. Schauen wir mal, wie das ausschauen würde. Let's start. Genau, bla bla bla. Der Name. Das sieht ziemlich gut aus. Okay, can we get your E-Mail? Bla bla bla. Ich gebe jetzt mal kein E-Mail ein. Genau, und dann kannst du halt, so sieht das halt aus. Aber es gibt halt verschiedene Dinge. Hier dann ein Quiz und so weiter. Ja, also da kann man eigentlich alles Mögliche damit machen. Schauen wir uns nochmal schnell ein anderes Beispiel noch ein. Yoga Club zum Beispiel. Let's beginn. Ja, das ist sehr ähnlich wie Typeform. Also Typeform ist ja sehr populär. Ich glaube, das kennen wirklich viele. Und ich habe den Typeform-Stil immer sehr cool gefunden, mit dem, dass das eben so rauf fliegt sozusagen. Du hast dann immer auf einem Bildschirm eine Frage und dann fliegt das nächste rauf. Und Formly ist halt wirklich wie eine Typeform-Kopie. Und ja, das ist halt ziemlich cool. Also wie gesagt, ich habe es nicht selber ausprobiert. Aber eine coole Sache und auch eine konditionale Logik etc. Also mit vielen Möglichkeiten. Wenn du jetzt einen ordentlichen Formbilder suchst, schau dir Formly mal an. Wie gesagt, alle Deals sind unter dem Video verlinkt. Nicht nur AppSumo ist verlinkt, sondern wirklich diese einzelnen Deals, die ich vorschlage aus dem Video, sind direkt verlinkt. So, der nächste Deal, den ich mir nicht kaufen werde, aber den ich unbedingt empfehlen möchte. Ich glaube, vor allem deswegen habe ich jetzt auch dieses Video gemacht. Denn ich glaube, dass extrem viele von diesem Deal profitieren können. Und wenn ich vor 5 oder 7 oder vor 8 Jahren diesen Deal zur Verfügung gehabt hätte, hätte ich auch sehr stark davon profitiert. Intep.io Das ist so ein CSS-Tool, also eine Browser-Erweiterung sozusagen, mit der man so einiges machen kann. Also wenn du jetzt selber CSS lernen möchtest, aber es geht hier nicht nur ums Lernen, sondern einfach, dass du wirklich schnell CSS anwenden kannst, dann ist intep.io das Tool für dich. Das habe ich schon ausprobiert. Ich habe es nicht gekauft, aber man kann es auf der Webseite eben direkt ausprobieren. Genau, also das ist eine Browser-Erweiterung. Wenn du das öffnest, dann öffnet sich hier dieses Fenster. Und wenn du jetzt auf deiner WordPress-Webseite mal irgendwas mit CSS verändern möchtest, nehmen wir mal an, das wäre jetzt deine WordPress-Webseite und du würdest da gerne etwas verändern, dann geht das super einfach. Also ich klicke zum Beispiel jetzt mal auf diese Überschrift. Gut, Text ist jetzt vielleicht ein zu einfaches oder blödes Beispiel, aber ich klicke dann auf Size und dann können wir hier Änderungen vornehmen. Also mit Size ist gemeint, wie weit ist dieses Element. Hier habe ich hier ein Prozent, sagen wir mal Pixel. Dann können wir das mal halt, ja, ganz viele Pixel weit machen und so weiter. Wir können jetzt Background, Background Color und so weiter. Ja, können eine andere Farbe einfügen und so. Und wenn du jetzt sagst, ja gut, dann machst du das mit diesem Ding hier im Browser, aber wie kann ich das dann wirklich einfügen in die Webseite und vielleicht auch CSS lernen? Ganz einfach, man stellt hier oben einfach auf Code Editor um und hier haben wir dann einfach diesen Code. Den kannst du dann kopieren, also hier unten Copy und den kannst du dann im Customizer deines WordPress-Themes sozusagen einfügen und dann werden die Änderungen auf deiner Webseite übernommen. Muss jetzt nicht nur WordPress sein, geht natürlich mit jedem anderen System oder wenn du nur mit HTML und CSS arbeiten würdest, ist schon klar, aber ich sage, die meisten nutzen ja WordPress und wenn du jetzt sagst, du möchtest an deiner WordPress-Webseite was ändern, weil du nutzt vielleicht keine Page-Builder, sondern du arbeitest nur mit Gutenberg und da hast du zwar auch jetzt mittlerweile mit dem Full-Site-Editing viele Möglichkeiten, aber einige Dinge musst du halt dann doch einfach über CSS regeln, du wirst nicht auskommen und dann ist halt das wirklich ein cooles Tool. Ich persönlich kaufe es mir nicht, denn ich beherrsche mittlerweile gut genug CSS, dass ich es mir so einfach auch, ich nehme die Chrome-Konsole und schaue dann, welchen Selector das wir haben und so weiter und kann das dann ändern, aber vor einigen Jahren hätte ich dieses Tool verdammt gut gebrauchen können. Also es ist richtig genial. Wir gehen jetzt hier nochmal, ich klicke mal hier auf diesen Tab, dann, wenn man da drauf klickt, dann sieht man hier schon den CSS-Code. Das, was wir vorhin geändert haben, das steht hier auch noch. Genau, wenn ich das weglösche hier, direkt aus dem Code, dann ist es auch wieder weg. So, jetzt habe ich hier drauf geklickt und dann bekomme ich gleich den ganzen CSS-Code. Und wenn ich hier jetzt was ändern möchte, gehe ich auf diesen Visual Editor, dann kann ich ganz leicht die Änderungen durchführen und bekomme da dann den geänderten Code. Und den kann ich mir einfach im Customizer reinkopieren und dann wird es übernommen. Genau, also da kannst du den Grid-Style dann umstellen und so weiter. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Spacing, schauen wir da mal kurz, dann kannst du mit Marching, Padding und so weiter arbeiten. Also wenn du sagst, okay, du möchtest mehr Abstand von oben haben und so weiter. Ja, also richtig genial. Die Abstände hier nach unten zum Beispiel, damit man es besser erkennen kann. Dann, Padding generell nochmal, damit man es besser erkennen kann, werde ich jetzt hier noch, fügen wir einen Rahmen zum Beispiel ein, sagen wir mal Border mit 7 Pixel, genau. Effekte sogar kannst du einfügen. Ja, also es gibt wirklich Background machen wir hier auch nochmal, eine andere Farbe machen wir das hier. Also wir sehen jetzt, jetzt haben wir diese Änderungen gemacht, sieht auch sogar ziemlich cool aus. Und wenn man dann auf Code Editor geht, dann bekommt man hier diesen CSS-Code. Den kannst du wieder auf Copy gehen und kannst du dann einfach in den Customizer einfügen und so kannst du CSS-Änderungen einfach durchführen. Aber nicht nur, dass du die Änderungen einfach durchführen kannst, sondern du lernst einfach auch CSS dabei. Also wenn du das dann eine Zeit lang benutzt, dann checkst du es einfach selber viel besser. Also auch keine Sorge, wenn du dich mit CSS gar nicht auskennst, für das ist ja dieser visuelle Editor, dass du einfach hier ganz einfach, ja, das visuell sozusagen umstellen kannst, mittels Schieberegler und, ja, alles mögliche. Und dann bekommst du hier eben den Code. Und so lernst du es halt auch und in Zukunft brauchst du es dann vielleicht nicht mehr oder vielleicht bei manchen Situationen, wenn der Code ein bisschen komplexer ist und so weiter, dann kannst du es gebrauchen. Aber eine richtig coole Sache. Ich bin sogar beim Überlegen, ob ich es mir nicht hole für ganz spezielle Sachen, wo ich mich selber vielleicht noch schwer tue. Mittlerweile, CSS geht natürlich gut bei mir, ist keine Frage, aber trotzdem für ein paar Spezialsachen, eventuell. Aber ich denke mal, wirklich für jemanden, der mit CSS noch nicht gut umgehen kann und CSS ist ja trotzdem eine große Sache für jeden, der eine Webseite betreibt, etc., ist das absolut ein Must-Have-Kauf. Wie gesagt, dieses Tool ist auch unter dem Video verlinkt. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz zum Preis. Auch 49 Dollar. Heute kostet irgendwie alles 49 Dollar. Wie teuer war Formly? Oh, Formly war teurer, 99 Dollar. Okay, aber im Vergleich zur Typeform, wenn du schaust, was du da bezahlst. Gut, also 49 Dollar für Intep, also eine Browser-Erweiterung für Chrome, für, ich weiß gar nicht, welche Browser alle unterstützt werden. Ich schaue mal da. Ja, für Chrome, für Opera. Safari, glaube ich, wird nicht unterstützt. Firefox und Edge-Browser. Ja, das sind die unterstützten Browser. Richtig, richtig coole Sache. Auch mit Abstand den Deal, den ich am coolsten finde, auch wenn ich mir den vielleicht nicht kaufen werde. Aber sehr cool finde ich natürlich auch Melody. Diesen Deal werde ich mir auch kaufen um 49 Dollar. Schreib doch bitte mal unter dem Video, was dein Lieblings-Deal ist aus diesen drei Deals und ob du dir einen dieser Deals kaufen wirst. Ja, und ansonsten war es das schon wieder mit diesem Video. Falls du noch nicht abonniert hast, dann bitte abonnieren. Hier gibt es immer wieder ganz viele Tipps und Tricks rund um WordPress, Online-Marketing, Online-Geld verdienen, Suchmaschinenoptimierung etc. Also ein Abo lohnt sich definitiv. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Freue mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Ciao!